sim sauberweben ist an und damit wird kommt zu porten als mit dem fleck los hallo normale farm folge wird das bisschen ressourcen anschaffen bis ein paar kisten mehr hin und ich werde das dezenten bauen mach du das und ich werde nach draußen gehen ich habe eben heute schon ein bisschen holz abgebaut ich hatte ja auch meine mutter noch aufgeräumt aber im letzten mal stand nicht so viele bäume herum kann das sein ja die habe ich denke ganz gut halten für es den level kann man auch ja wie gesagt ich fahre mit sich schon ein portal stellen weil das kann ja echt nervig werden wenn wir davon welche brauchen oder sowas ja das ist gar nicht mal schlecht wenn wir da noch welche haben und im allgemeinen glaube ich dass es dann auch ein bisschen schneller für die portale geht für uns allgemein wir jetzt sowieso mittlerweile auf die idee kommen dass wir zwei machen müssen das gefahren mehr sehr sehr lustig ja das stimmt bei einer holz haben weil ich dadurch harz kriege du solltest eventuell mal gucken dass du deine zweite werkbank baust weil ich nicht weiß ob du dann noch ein zusatzmaterial was mein zusatz was ja weiß ich nicht weil ich habe zum beispiel vorher habe ich bäume abgefahren so konnte habe kein harz bekommen jetzt habe ich jetzt fällig bäume und krieg hat harz dadurch noch eine gut muss ich halt gleich mal bauen ich habe eigentlich die ressourcen schon dafür das ist nicht das problem das wollen wir noch gucken und sollte auch die sieben glaube ich ihr seid ressourcen habe ich weggepackt noch mal da haben wir denn noch als talent das und stein war es schon noch kopf die ganze welt weg gerodert hier obwohl ich werde sowieso neue bäume pflanzen und daher das ist absolut perfekt geladen und deswegen drehen noch mal drehen deine werkbank ist rechts und mann ist links und in der mitte ist der schmiedeofen ok ja wo welche ist also er hatte erstmal müssen wir aber dann schnacken gehabt gewählt war ich habe ich meine jetzt auch gemacht so wo haben wir das denn aus ok daran 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 haben wir erstellen falsch haben plus 20 das ist natürlich auch geil ja wenn anders kann ich stelle ich muss so spitze kacke ach hier kann man ja stimmt man kann ja wieder ein bisschen kombinieren ich kann hier auch hacken die kostet bergbaukralle veredete flammrubin naja die kriegst du ja später erst alle ne hm die kriegst du ja jetzt bald ne die rubine die roten hatten wir schon naja naja wir können bäcker bohrer machen dann könnten wir halt schneller die kohle form kohleblöcke und kopfverbrauch kohleblöcke habe ich so schon gekriegt vorher gab es nur kohle jetzt gibt es so kohleblöcke nur eher gesagt ach ja das ist wahrscheinlich der neue patch gewesen dann haben sie ein bisschen was neues reingepatchelt pild bild wir schauen euch doch mal trinke übrigens was wir nicht gemacht haben letztens drückt man wahんな geschenke die die kenne ich ja ich kenne sie erst zum beispiel schon aber hast du hier halt noch nicht trinke aber die kann ja auch oft einlösen ja die ganze auf dann wird jetzt so mein inventar zu machen machen wir geschenke öffnen dann bräuchte ich noch ein bisschen davon regnbogen katze ist das klar regnbogen relikt oder eine gold katze oder so ein scheiß nein morgen liegt das herz zu dieser insel rezepte orange in den thron rezepte roter wohl ohne stein bock ok mindest wie das katz ich habe schon wieder vergessen wo waren das mit den tieren was alles gut wie sieht die hässlich aus eigentlich naja fett und hässlich also die goldene katze da sieht die regenbogen lustiger aus dieses bunte relikt wird dich zu einer magischen frittichen insel teleport ja alles komplett da ist ja nichts überhaupt nichts ja nichts ist da ok weißt du die flagge ich glaube wir müssen ein paar kisten machen ja ich weiß so die flagge tue ich da hin wie viel kupfer ich noch habe insgesamt ein bisschen wollen wir nicht mal gucken dass wir hier die kisten an umstellen und direkt an die wand stehen macht doch du hast ja die wand eingezogen naja wo ich das so sofort ja dann mach das da kannst du aber nicht übereinander stapeln denn das weißt du das geht nicht nein das geht nicht wie widerlich ist das denn jetzt direkt neben den dingen ansetzen ja ist ja widerlich dass es nicht funktioniert nein aber ich glaube ich habe das noch nicht ausverwehrt es funktioniert aber glaube ich wenn man ja da müsste man noch einen platz oben frei haben ich glaube dann kannst du die beieinander stellen müsste dann ist das dach 1 zu hoch 1 zu niedrig und dann würde es ja nochmal kann ja weil dann wird es ja glaube ich funktionieren habe ich noch nicht ausprobiert schweiß haben das glaube ich bekommen aber ich mache das mal eben das geht es würde so funktionieren nicht gleich einen moment so wird das funktionieren als einzige option ja ich tue ich immer noch was das schneller geht er macht oder mal und ich tue dann hier die andere kiste noch ein weil das war das doch noch vom kopf war was ne naja ich habe keine kopf kiste mehr und wenn dann wird noch da was tun seine achte ich bin noch gehabt ja ich bin noch gehabt er hat er bin hier vorne in die kiste packe ich mal die ganzen klamotten rein ja wochen macht ich kann kann kein bett das ist irgendwann so bei nach dem boss nach dem boss und vorher paar drops weiter suchen hier ich bin noch einfach so jetzt wie die Das war's für heute. Das ist das Dachseplatz. Das ist das Dachseplatz. Schreibt Señor. Das war's für heute. Ja, ja. ich mich noch im Moment hier Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, ich bin ja... Ich klopste ja gerade ab. Da wurde auch drüber gegangen, die Paare sind ja auch unnötig. Da war das eine Dach ja glaube ich noch nicht ganz fertig. Oder da oben sind ja ein paar Löcher drin, ne? Warum machst du die hier wieder weg? Weil... Ja, da musst du die Reihe Holz wegmachen. Nein. Warum? Warum willst du noch eine mehr machen? Guck mal, wenn du von hier guckst, die Kiste reicht. Ja. Aber ich wollte, dass die hier drauf sind. Ja, dann reißt du einfach den... Dann reißt du hier ab. Hier. Mach doch einfach so. Geh weg. Kein Japan. Dann musst du es so machen. Da reicht doch der Block. Okay. Ich flieg mal das Dach hier mit oben. Hm. Eine Reihe wird dann halt reichen. Aber ich hab noch mehr. Kein Problem. Ich hab schon. Ich hab schon. Einige. Aber ihr könnt ja weg. Ein bisschen kleiner paar Stroblacke machen. Aber ich würde sagen, das wäre vielleicht eine normale Dach reparieren, was hier sowieso kann. ein bisschen Dash ist. Ach, der Rad. Die Range, wie weit du abbauen kannst. Naja. So übelst. So. Oh. Hier wollte ich ja nicht hin. Ja, darum. Weil da ist ja auch noch so Dach kaputt. Stroh kann man ja gleich fix sammeln. Okay. Das ist so gut. Da muss nochmal Stroh weg. So. Aber du kannst es halt nur in der anderen Ansicht richtig machen dann. Ja, klar. So. Blub. 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 Jetzt kann ich mich ja hier ans Weizen sitzen eben. Ein paar Blöcke habe ich aber auch noch. Ja gut. Der Dach kriegst du aber nicht damit fertig. Ich hab ja da einige. Die Hälfte von Dach habe ich ja da hin verpflanzt. Ja, alles gut. Das schon. Da ist die Nadel dran. Hm? Da waren große Zäune gerade. So. Mal schauen mal an dem Ende. Und da fehlte doch, glaub ich, hier fehlt irgendwo Zaun. Ja, da ist Zaun. So. Da noch. So. Wenn du nach oben guckst, zur Seite läufst du mit einmal Block gehört aus. Ja, klar. Wenn du in dem Moment drücken, klicken wolltest und dann keinen Block setzen kannst. Ist auch so bescheuerlich. Kommt aber schnell vor. Ja. Hier kommen so Pfeile von hinten so angeflogen. Ja, ich mach gut schlagen mit dem Hammer jetzt. Ja, machst du auch dann durch. Als es mir geht. Er wollte mich gerade hauen und ich mit dem Hammer zurückgehauen. Dann hat er mich nicht getroffen. Das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob du jetzt kontern kannst oder so ein Mist. Bestimmt. Was hab ich noch so an den Dingern Weizensamen? Immer noch, mein Gott. Hm? Welcher Weizensamen hab ich denn? Weiß er nicht. Kann ich dir nicht sagen. Arsch, viele. Pilzsamen noch. In welchem Billion wechselt er denn? Keine Ahnung, was hier ist. Wie die Pflanze mich gerade angreifen wollte. Zack, nach hinten geflogen, tot. Hat es gleich wieder Ärger bekommen. Hm? Hat es gleich wieder Ärger bekommen. Blöde Pflanze, die. So, Stroh. Und. Zack. Nice, Level. Stufenhofstück. Oh, bault auch wieder. Hm. Aber es hat ja noch Zeit. Mal die Geschwindigkeit erst mal hochwusten. So, einen noch hier. Das hat er halt auch schneller angreift. Oh, das macht schon einen Unterschied. Ich hab da drei Punkte reingehauen. Stimmt noch. Das macht echt einen ganz schönen Unterschied. Und vielleicht hätten wir ja... Ich muss aber echt die Katze dann mit einem Binden, ne? Ja, klar. Irgendwo, Klee. Was ist das denn hier immer? Wie vorne, das? Ja, das Lager. Ich wusste nicht, ob wir das jetzt ja noch ein bisschen runterziehen. Das war so eine Mauer hier in der Trennung kam. Oder ja, nischt. Das ist ein bisschen mehr Licht in die Bude. Das muss ich aber leider... Ich weiß nicht, ob hier schon was in den Kisten drin ist. Ich hoffe mal nicht. Da aber. Die andere, die hab ich aber auch. Zack. Der hat zumindest gesagt, okay, man hat ja wenigstens so ein Lager. Äh, ja. Eine kann auch... Das hinten an die Wand mitmachen. Ja, aber sie ist doch kacke aus. Du hast ja hier noch den Runtergang. Denk dran, ne? Ja, ich weiß. Äh, warte mal. Na gut, das war so so nicht so wirklich... Noch nicht das wahre. Wurzeln und umbauen. Und hier wäre ich eigentlich... Na, oder gehst halt weiter nach hinten. Hm? Gehst halt weiter nach hinten. Magischer Ring des Feuers? Du kannst Ringe erstellen, lol. Na ja. Geil. Ich will den haben. Ich hab sogar einen. Ja, der bestimmt den gegen Magier ist, den, ne, Blatt. So ein Mann, ja. Das ist der, wo? Einmal alles reparieren. Boah, ich sollte mal... Wenn ich irgendwas abbaue... In den... Mal anders gucken. Ich muss mich aber auch immer noch echt dran gewöhnen. Und was? In einer Kiste habe ich jetzt nur Sitzlinge drin, ne? Ähm... So, dann können wir hier... Neben der Kiste kann ich dann eigentlich das ganze Material vorerst rein. Hier, Baumwolle. Hier, keine Ahnung, hier oben. So die ganzen... Anderen Sachen hier mal. Hier noch drinne. Oh, hier sind die ganzen Blöcke drinne. Welche ganzen Blöcke? Ja, in der anderen Kiste sind auch ganz viele Blöcke drinne. So. So, ich geh mal wieder aus. Ich konnte doch auch Ruinen-Blöcke herstellen, ne? Hopp. Ähm... So. Hast du hier oben verbaut? Wo? Ne, zweimal. Jo. Hab ich. Geht aber schnell. Was ist denn das? Ja, wenn du es in einer anderen Ansicht machst, hast du verloren, wenn du nicht in der First Person bist. Ja. Das stimmt. Geht dann auch noch ein automatischem Block höher. Okay. Ja. Bräunchener Ruinen-Block. Sonnendiamond. Ja. Da. 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 Das sind die Rezepte, die ich gelernt habe. Ja, Chriss ja. Chriss ja auch Möbel kannst du lernen und den ganzen Scheiß. Ja. Wie sieht es aus, dass wir mal in die andere Welt gehen? Meinst du? Warte mal. Können wir gleich machen. Bräunchen-Steinblöcke. Bräunchen-Steinblöcke. Die kriegen wir ja eher später. Das ist scheiße. Ja. Dann muss ich halt das, dass wir hier so kulturisch machen. Was? Na ja, kannst du auch so machen, dass du am Ende die Blöcke hast, dass du die Blöcke setzen kannst dafür. Mhm. Direkt darauf. Äh. Hat mir noch irgendwo den Boden? Die Blöden-Steine? Nö. Also wenn dann nur noch hier vorne. Hier sind noch ein paar Steinziegel. Ne, Steinziegel sind es nicht. Äh. Ne sind es auch gar nicht. Oh. Doch sind die Steinziegel. Doch. Ja. Steinziegel. Steinziegel. Steinziegel Blöcke war es. Das hat nämlich auch getan. Hab 33 Portalsteine mittlerweile. Man kommt dann noch gut durch hier. und eine kiste da noch in die ecke mit rein aber so passt es dann hätte man wenigstens abgeschlossen ist egal na ja klar ist ja auch gut aber es fehlt eine kiste für die blöcke auch noch eine kiste da wenn du wenn du noch eine kiste drüber wieder weil er ist wenn die unterste kiste ganze holz rein holz holz aber jetzt baumaterial und steine die steine erde jetzt nicht kisten habe ich eigentlich veredete flammen rubin bekommen welche kiste muss man gucken wie das so richtig sortieren ja ich weiß nicht gerade in welcher kiste über zugreifen kann auch keiner keiner zugreifen gerade da war nur in der oberen ja das war das ist ein buggy bist was ich eben meinte er ist das gelöst einfach maustaste noch mal aufklicken man kann nix sollte man sollte sie eigentlich schließen kann nichts machen kann ich mal ab und gerade ich habe auch mehr auf mal drauf geklickt eben dann ging ich kann nicht mal abbauen mit einer spitzhacke ich habe eben mehrmals auf die kiste geklickt wird zuletzt auch zugegriffen war das war sie ja unten drauf ich habe einfach wenn dann drauf zu drauf geklickt dann ging das geht das nein hast du in seiner pack eingeschlichen kein affen back ich gehe der pack wenn wir gleich überweisen kann ich mal türen schließen was soll das komische ja ich habe das aber auch gerade ich kann mich halt nicht bewegen dann wegen schon glaube herum kann mich dann gar nicht bewegen aber ich kann ja auch nicht mehr schießen ich glaube das heißt auch der zeitpunkt dass wir kurz katten und wir sind es gleich dann da hinten ja dann wäre man auch wenn wir das hin in seite heißt es wirklich recht katten ja wenn du die da oben die du noch hast da die oberste rechts weiß ja nicht was du einschmeißen willst an material naja oben rechts nicht wirklich ich hab was ich auch schon was reingeworfen und die holzkiste ist schon voll wir müssen wir gleich neue kisten holen hier und dann schmeißt das kann ich wieder was man jetzt geht da oben wollte ich jetzt eigentlich noch dass man die restigen holzböcke reinschmeißen das was ich da rausgenommen hat dann muss erst die samen kiste darunter leiden hier so meinetwegen gerne das dinge habe ich doch komfortigen hatte ich in die andere krisse angetan ja können wir doch gleich alles machen kuffer brauchst du sowieso gleich ja gut soll aber dann würden wir sagen wenn wir die folge zikaten und in der nächsten folge seht ihr wie wir in einer anderen welt erstmal sind in der vorwälder sind der wüsten welt war ja in der world play folge hier sind sozusagen genau so ist das heißt ich wundern ich glaube dann tauschen wir dann die folgen dass erst die andere kommen und dann die weiß ich gar nicht ja wenn wir sehen wenn wir sehen wie wir das machen ja weil wir gesagt farm und farm folge und europäische folge sind ja so separate folgen genau so alles klar alles klar dann würden wir sagen bis zum nächsten mal bei portal nights tschau tschau tschüss tschau tschau tschau